Hallo hier da draußen und willkommen zurück zu die Siedler, das Erbe der König... Oh, 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 da werde ich schon wieder angegriffen. Oh, im letzten Part haben sie mich hier schon... belästigt. Das grenzt ja wirklich schon an Belästigung, was die hier tun. So, ich bin gerade dabei hier... habe ich das jetzt schon fertig gebaut? Ein neues Dorfzentrum zu bauen. Da haben wir noch ein paar Leiteigene, die hier ruhig mitarbeiten dürfen. Und da haben wir noch einer, der vielleicht irgendwo Holz fällen könnte. Weil natürlich das fertig werden sollte. So, jetzt kracht es hier aber schon wieder so richtig übel. Ja, ich merke es. Scheiße. Wo ist der Kanonengießer? Der hat noch mal eine gemacht. Dann machen wir hier. Ich glaube, ich mache jetzt nur noch starke Kanonen. Damit ich hier nicht in irgendwelche Nöten komme. Wo sind jetzt die andere Kanonen, wo ich hier war? Sind die zerstört? Ah, schade. Ich glaube, die haben schon eine Kanone kaputt gemacht. Naja. Ich sollte, glaube ich, mal hingehen und die wieder auffrischen hier. Dann mal ein paar Bogenschützen machen. Ich habe gerade eine Elfe gesehen. Dort oben im Bau. Brauchen wir natürlich auch. So, machen wir sie alle voll. Wegen meine Jungs und ich heute Abend frei. Nein. Wie erledigt das? So, eine Belagerungskanone. Ja, ein Verbündeter ist in großer Gefahr. So, die fahren wir hier schön her. Was heißt, ein Verbündeter ist in großer Gefahr? Der ist doch schon die ganze Zeit am Kämpfen. Das interessiert mich doch gar nicht. So. Schicken wir die rüber. Jetzt müssen wir da alle hier richten. Neflöckchen, Weißröckchen. Oh mein Gott, sie singen. Sie fangen tatsächlich an mit Singen. Oh, jetzt geht es denen an den Kragen. Jawohl, unsere Bogenschützen sind da. Kanonen, Bogenschützen, jetzt geht es ab hier. Okay, ein paar Blaue sind weg. So, das ist gut. Das ist sehr gut. Ja, durch diese schmale Scheiße hier. Das ist ja klar, dass es... Ah, das ist... Da geht es uns echt an den Kragen, Mann. Sofort, wie ihr befehlt. So, unsere Belagerungskanone ist fertig. Das kann ich. Wieso steht der eigentlich nur so dumm rum? Greift an. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mach das schon. So, jetzt muss ich aufpassen, jetzt haben wir bald kein Eisen mehr. Ich werde jetzt mal versuchen, hier anzugreifen. Mit dem, was ich jetzt hab. Mal gucken, vielleicht klappt's ja. Wir fahren mal noch die Kanone rüber. Und dann... Schauen wir mal. Gut, ich kann ja Eisen kaufen, wenn irgendwas ist. Wo ist Eisen? Fairer Preis. Wir können ja mal für... Ein paar tausend... Ich hab ja genug Gold. Wir geben Thala aus dafür. Das Holz sparen wir uns mal lieber. So. Die Kanonen sind fertig. Wir werden die Belagerung starten, beziehungsweise wir werden sie jetzt beenden. Mit unseren Soldaten. Ein Verbündeter ist in großer Gefahr. Mit Kanonen und allem, was dazugehört. Dafür sind wir genau die Richtlinie. Die sind grad eh am Kämpfen, jetzt können wir nämlich dazukommen. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Oh. Die sind echt gut befriert hier. Wir werden jetzt das Gebiet befrieden. Weil davon ist nämlich auch der... Burgfried. Da war nämlich irgendwo einer. So, die Kanonen sind auch da. Verluste halten sich schwer in Grenzen. Das ist perfekt. Auf in den Kampf. Holt euch die. Komm. Die Bogen schützen. Auf. Jetzt geht's los, Leute. Jetzt geht's los. Der Kampf ist unser. Wir machen sie platt. Komm, wie wir die... Wir fressen die regelrecht auf, Leute. Das ist geil. Und los, auf aufs Turmchen. Ja, meine Grünen sind auch da. So, wir machen mal den Turm hier kaputt. Und ich denke mal, das wird ruck-zuck gehen, oder? Komm schon. Was ist denn mit unseren Kanönchen? Wieso kommt ihr nicht? Ey! Du darfst ruhig auch kommen. Dafür sind wir genau die Richtigen. Ihr seid auf Feinde gestoßen. Ich weiß. Sie greifen an. Ich weiß. Ich mach's jetzt grad platt. Ich tue... Einmal hier bitte sammeln. Auch du. Toll. Die hab ich jetzt gar nicht hier irgendwie benutzen können. Dafür sind wir genau die Richtigen. Weil sie's nicht mitgenommen hat. Scheiße. Ah, warte, warte. Ich krieg's hier noch. Ich muss sie nur mit ins Target reinkriegen. Dann kann ich sie nicht mitmarkieren. Komm schon. Lauf doch schneller. Jetzt roll doch. Du doofe Kanone. Kommt nochmal zurück. Dass ich euch alle zusammen nehmen kann. So, jetzt passt's. Jetzt darf die mir nämlich mal ein bisschen mitmachen. Gucken, ob sie auch... ...ballern kann. Na gut, so ein Zelt ist ja nix, ne? Ja, ich verteidige mich gut. Das ist kein Feind hier. Wir machen die Blatt, Jungs. Die werden's... ...sich wünschen, nie da gewesen zu sein. Schön, die Kanonen, jawohl. Hat diese Streumunitionen, ne? Ach, das sind die Pfeil- und Bogenschützen. Hab ich doch gerade eben gedacht, wenn wir ein bisschen nahe ranzoomen, dann haben wir überhaupt ein bisschen was mitkriegen hier vom Kampf. Ha! Komm, der Krüle soll auch ein bisschen was machen. Wir nehmen schon das Eisen klaut, der Drecksack. Oh, die haben auch Kanonen. Macht die Kanone, macht die Kanone platt. Die tut uns auerweh. Und das ist nicht gut. Öh! Die haben viele Kanönchen. Jawohl. Schnell, 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 schnell. Auf die Kanonen. Los, 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 los. Greift sie an. Macht die Kanonen weg. Gut. Perfekt. Die Sonne kehrt zurück. Es wird Sommer. Okay, sehr schön. Okay, die Grünen. Die gehen auch schon an die Zelte. Das ist gut. Oh, oh, oh. Sie rennen durch. Sie überrennen uns. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Meine Schützen. Boah! Meine dicke Bertha. Ihr werdet angegriffen. Boah, wenn die schießt, das ist ja der Hammer. Alter, da geht's nochmal richtig ab. Ja, die macht das alleine. Die kriegt das hin. Okay. Ja, sag mal, woher kommen denn die alle? Ich muss mal einen kleinen Rückzug machen hier mit ein paar Jungs. So. Okay, jetzt reicht's mir. Woher kommen die? Sie greifen an. Ich glaube, ich muss gleich mal ein paar neue hier produzieren, wenn das so weitergeht. Boah, wie weit kann denn die schießen, ey? Ballert die immer noch mit? Nee. So, jetzt kommt vor mit euch. So soll es sein. Vorrücken. Ich weiß nicht, woher die kommen, aber irgendwo werden die produziert. Vermutlich aus den Zelten kommen sie noch, oder? Hm. Hm. Die Belagerung der Volklung-Feste war aufgehoben. Und auf dem Schlachtfeld blieben nur die Zeichen der ehemals erbitterten Kämpfe zurück. Tukan, der König von Volklung, zeigte sich sehr dankbar. Doch neue Kunde betrübte sein Herz. Wohl war sein Reich gerettet, doch seine Angebeteten, der Fürstin von Norfolk, drohte ebenfalls Gefahr. Zu allem war die Stadt Norfolk sehr überzeugt von der Unüberwindbarkeit ihrer Verteidigung. Und die Truppen des Königs waren zu geschwächt, um bei einem Angriff zu helfen. So oblag es den Helden nach dem Rechten zu sehen. Und Norfolk weit zu stehen, wenn es denn nötig sein sollte. Das ist ja wohl klar, wir haben es geschafft, jawohl. Spiel verlassen, wir haben gewonnen. Oh, sieht nur hier Häuser. Da kann man jetzt nochmal ein bisschen vergleichen. Die Gebäude 42. Das sind wahrscheinlich Produktionen. Ne, Bau und Höfe hatten wir 11. Ja, hier am Schluss haben wir ja keine mehr gebraucht, da war es dann okay. Okay, 11 Wohnhäuser, also ist ausgeglichen 11, 11, ne? Dann, was haben wir hier? Arbeitsplätze. Da ist einmal eine Mine weggefallen. Klar. So, Siedler. Ist nach dem Kampf runter auf 67 vom Höchstenstand, 133. Mhm, also Soldaten in dem Fall waren es. Hat am Schluss nur übrig, ist okay gewesen. Motivation. War eigentlich immer sehr hoch. Ich hoffe ja dafür, dass es unseren Siedlern gut geht. Leibeigene. Da wurden sie immer weggemetzelt. Von 12 runter auf 8. Ja, gut, okay, das geht ja noch. Dann. Arbeiter. Ja, genau, das war die Mine. Hier ist mal die Mine weggegangen. Von 121 auf 114. Rohstoffe. Lehm haben wir 9.799 gesammelt. Das ist okay. Hier am Schluss ging das Eisen noch etwas hoch. Warum? Weiß ich jetzt nicht. Achso, wir haben ja nochmal gekauft. Stimmt. Wegen dem. Dann haben wir hier Thaler. Thaler haben wir richtig gut verdient. Klar, in Kriegszeiten geht es natürlich wieder runter. Da haben wir mal ausgegeben für Eisen. Dann haben wir Stein. Auch eine ziemlich steile Brücke nach oben. Haben wir da am Schluss auch nicht mehr gebraucht für die Gebäude. Schwerfläge ist auch klar. Brauchen wir ja glaube ich nur für die Kanonen oder so. Und Holz. Gut, Bogenschützen. Weiß jeder. Teuer. Teuer wie die Sau. Militär. Zerstörte Gebäude 10. Verlorene Gebäude 0. Jetzt kommt es. Erledigte Feinde haben wir 465. Jetzt schauen wir mal, ob unser Ausbau sich gelohnt hat. Hier können wir auch noch ein bisschen verstellen hier. Von der Zeit her. Und jetzt kommt es bei uns. Nur 80. Der Ausbau hat sich komplett gelohnt. Perfekt. Punktewertung. Perfekt. Vorbildlich. Könnte besser sein, aber vorbildlich. So, wir sehen uns dann hoffentlich wieder im nächsten Part. Hat mich sehr gefreut, dass ihr dabei wart. Und es geht dann hier weiter bei Siedler 5. Tschüss. Verse 5. Sie sind für 1.